Ich habe da ein Tee im Restaurant aufgesucht und da zeigt genau, wie man den Tee macht. Ich habe es jetzt schon gemacht, ich erkläre es schnell. Zuerst muss man da den heißen Wasser in diese Kanne eintießen. Danach muss man hier, drinnen war der Tee, muss man das da reintun, die Kanne nehmen, das wir eintießen und genau eine Minute, 30 Sekunden warten. Dann kannst du den Tee eintießen, ein Eis und legen ein Eis da rein und habe einen kalten Tee.